Hallo und herzlich willkommen bei Aktien mit Kopf. Finanzielle Freiheit durch rationales und logisches Denken. Und ich habe häufig die Anfrage bekommen, ob ich nochmal ein Video genau zu einem Musterdepot machen kann. Also wie man sich ein Musterdepot einrichtet, wie man ein Musterdepot betreibt, worauf man achten kann und was es einem bringt. Zunächst einmal, ich finde ein Musterdepot allgemein gut, um das Feeling zu bekommen, die ganzen technischen Dinge umzusetzen. Sich online in eine Bank, also in eine Direktbank einzuloggen, zu wissen, wo ist mein richtiges Depot, wo finde ich den persönlichen Bereich, Konto, Geldanlage. Hier bei Informer kann ich auf die ganzen Indizies zugreifen, also auf DAX, MDAX und so weiter. Und wenn ich mir ein Musterdepot eingerichtet habe, dann kann ich auch sehr schnell von dort aus ein richtiges Depot einrichten bei der Bank. Das heißt, es erleichtert im Prinzip den Einstieg, aber alles, was jetzt die reine Analyse von Aktien betrifft, ist es meiner Meinung nach nicht so effektiv, weil man einfach mit Spielgeld anders umgeht, als mit echtem Geld. Und das ist einfach ein psychologischer Hintergrund, den man nicht verachten kann. Aber nichtsdestotrotz empfehle ich jedem ein Musterdepot zu machen zum Einstieg. Und ich werde jetzt einige interessante Dinge hier mal zeigen, wie zum Beispiel von der Comdirect Bank das Musterdepot aussieht, weil der habe ich ehrlicherweise eine Weile selber nicht reingeschaut. Ich benutze jetzt schon seit Jahren meine Musterdepots nicht mehr weiter, also ich mache mittlerweile alles nur noch mit echten Euros. Und ja, deswegen gebe ich aber mal kurz einen Einblick. Wie gesagt, die Comdirect Bank ist eine Tochterbank der Commerzbank und ist eine der Direktbanken, die eigentlich sehr verlässlich ist. Ein bisschen teurer als andere, aber sehr verlässlich, diese Bank und die Gebühren sind überschaubar. Und bisher, also ich bin seit 2009 hier Mitglied und also nutze die als Kunde und bin sehr zufrieden mit der Comdirect Bank. Ich war auch kurzfristig mal in die Comdirect sogar investiert, in die Aktien habe ich dann aber wieder verkauft mit einem kleinen Gewinn. Aber das ist ja jetzt nicht Thema dieser Sendung oder dieses Videos. Wie gesagt, ein Musterdepot, wie man das einrichtet, welche Banken ich empfehle, das werde ich Ihnen nochmal unter diesem Video hier verlinken. Ich kann Ihnen auch hier gerne einen Banner nochmal aufziehen, wo Sie da hinkommen. Und da empfehle ich Ihnen noch so, welche Bank ich noch gut finde und worauf man noch achten muss. Aber jetzt kommen wir direkt mal ins Thema Musterdepot. Das heißt, Sie loggen sich oben dann bei der Direktbank, bei der Online-Bank an. Hier im Hintergrund exportiere ich gerade noch ein anderes Video. Und dann haben Sie hier oben den Bereich Musterdepot. Da habe ich gerade eben schon raufgeklickt. Und dann kann man jetzt zum Beispiel hier unten ein neues Musterdepot anlegen. Machen wir das einfach mal. Das heißt, ich gebe dann meinem Depot einen Namen. Das heißt zum Beispiel Testdepot übernehmen. So, und jetzt habe ich hier mein Depot, meine Übersicht. Kann alles direkt anschauen. WKN, was ist das genau? Die Wertpapier-Kennnummer. Also jede Aktie hat ja eine WKN, damit man sie sofort immer ausfindig machen kann. Hier zum Beispiel Deutsche Bank habe ich mal aufgerufen, weil ich gerade noch was dazu sagen will. 5100 ist zum Beispiel die WKN von der Deutschen Bank. Das heißt, alle weltweiten Banken haben, nicht Banken, sondern Börsennotierten nehmen und AGs haben in so einer Form eine WKN. Jedenfalls, wo man Wertpapiere kaufen kann. Dann gibt es den aktuellen Kurs, die Differenz zum Wert des Kaufkurses. Also wenn man es gekauft hat, das Datum, Zeit, Börse und so weiter und so fort. Und ja, dann kann ich hier unten Werte hinzufügen. Klicke ich rauf. Dann kann ich jetzt hier zum Beispiel Suchbegriff, die WKN eingeben. Oder ich müsste eigentlich auch über den ganz normalen Namen die Aktie finden. Deutsche Bank hat er jetzt nicht. Oh, habe ich auch falsch geschrieben. Deutsche Bank AG. Stück. Wie viel will ich haben? Sind wir mal heute ein bisschen... Kaufen wir heute mal ein bisschen mehr. Unten hätte ich noch... Entschuldigung, das habe ich jetzt noch nicht... Da hätte ich noch anwählen können, an welcher Börse ich die kaufen will. Ja, generell empfehle ich immer fast jetzt mittlerweile die Xetra zu benutzen. Weil Xetra ist... Da findet der größte Teil des Umsatzes statt. Und da kriegt man schneller seine Aktien los, kann sie schnell handeln. Und dann habe ich hier 100.000 Stück von Deutschen Bank drin. Und dann kann ich das Ganze jetzt wieder verkaufen, kaufen und so weiter. Und wenn ich noch was anderes hinzufügen will, dann kann ich hier immer noch mehr und mehr hinzufügen. Und so einfach sieht das Ganze dann aus. Ich gehe jetzt mal wieder auf Musterdepot, denn ich habe ja damals, als ich angefangen habe, selbst mit dem Investieren, mir auch einige erstellt. Zwei Musterdepots. Und da sieht man das Ganze sogar noch. Hier können Sie dann zum Beispiel bei der Comdirect Bank alle Depots auswählen, dass alle Ihnen angezeigt werden. Oder halt zwischen Einzelnen navigieren. Das funktioniert dann auch. Und jetzt sehen Sie hier den Wert insgesamt der Musterdepots, wie viele Werte dort sind. Und wenn ich auf meine Übersicht klicke, dann sehe ich die Performance meiner Aktien innerhalb des letzten Jahres. Beziehungsweise hier innerhalb von einer Woche und hier innerhalb seit dem 1. Januar. Also nicht ganz ein Jahr. Ob man das hier noch umstellen kann, ist die Frage. Okay, ich habe jetzt gerade eben nochmal den Button Konfigurieren hier entdeckt. Wenn ich da raufklicke, dann kann ich mir hier noch einige andere Daten anzeigen lassen. Handelsvolumen, Schlusskurs, Währung, alles Mögliche. Das Jahres hoch, das Tagestief, alles Mögliche kann ich mir noch anzeigen lassen. Wenn ich jetzt hier Performance ein Jahr, die will ich natürlich auch sehen. Leider nicht 5 Jahre oder länger. Klicke ich hier auf Übernehmen. Und dann kann ich zusätzlich zur Performance seit Januar und innerhalb der letzten Woche mir die Performance anschauen. Innerhalb von einem Jahr. Deutsche Bank zum Beispiel 2009. Da kann man hier navigieren, sieht man das immer. Zum Beispiel, wo die Deutsche Bank stand. Und Hannover Rückversicherer, Rückversicherung. Also was eine Rückversicherung ist, das ist einfach eine Versicherung, die Versicherungen versichert. So ungefähr. Ja, die ist schön um 300% gestiegen, seitdem ich sie gekauft habe. Infineon wäre natürlich eine Goldgrube gewesen, denn die hätte ich zu 50 Cent pro Stück ungefähr bekommen. Jetzt ist sie 9 Euro wert. Das heißt, die Aktien werden von 500 Euro auf jetzt ca. 9000 Euro gestiegen. Also das wäre ein sehr guter Zeitpunkt damals gewesen, wenn dieses ganze Geld nun kein Spielgeld gewesen wäre, sondern echtes Geld. Dann hätte ich jetzt eine sehr, 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 sehr schöne und gute Performance bei fast allen Aktien gemacht. General Electric, Goldman Sachs, weil im Prinzip fast alle Werte, außer jetzt die Deutsche Bank, im 2009 extrem nach unten gepusht wurden durch die Wirtschaftskrise und so weiter. Und deswegen, ja, aber im Nachhinein ist man immer schlauer. Aber nichtsdestotrotz ist es sehr interessant, so ein Musterdepot anzulegen und einfach das Ganze zu beobachten und auch regelmäßig dann zu machen. Allerdings empfehle ich so schnell wie möglich auch, und wenn es nicht viel Geld ist und wenn es nur 100 oder 200 Euro sind, mit echtem Geld zu investieren. Denn man merkt, dass man sofort anders darüber nachdenkt mit echtem Geld. Ja, Sie sehen ja jetzt hier in dieses Musterdepot habe ich jetzt vielleicht ein oder zwei Jahre nicht mehr reingeschaut. Und in mein richtiges Depot schaue ich natürlich öfter rein. Das zeige ich Ihnen jetzt allerdings noch nicht. Vielleicht, ich bin noch nicht ganz am überlegen, wie dieser ganze Kanal sich noch weiterentwickelt wird, was ich noch alles machen werde. Und mit finanziellen Dingen muss man ja immer ein bisschen aufpassen. Deswegen, vielleicht kommt irgendwann der Punkt, wo ich einfach mal mein komplettes, eigenes, echtes Depot zeigen werde. Aber bis dahin werde ich, glaube ich, noch ein bisschen warten und einfach schauen, wie die Community hier aus sich bei YouTube entwickelt und so weiter. Okay, hier sind, wie gesagt, alle ganzen Werte drin. So kann man das Ganze dann anlegen, kann man verwalten und so weiter und so fort. Man kann es sich sogar ausdrucken, wenn man denn möchte. Und so viel zum Thema Musterdepot. Welche Banken ich empfehle, kriegen Sie unter diesem Video oder hier auf dem Banner. Wenn Sie noch Fragen zum Musterdepot haben, dann stellen Sie mir einfach die Fragen jetzt. Und ich gucke jetzt noch mal kurz hier rein ins Musterdepot. So, ich habe jetzt hier bei ThyssenKrupp beispielsweise immerhin seit 1. Januar 20% im Plus. Ja, Infineon auch 17%, Microsoft 12%, dies auf fast 5%, Hannover Rück, Flowsurf, sehr gutes Unternehmen, wo mein Bruder arbeitet. Maschinenbauunternehmen 1%, die Deutsche Post. Und dann hier haben wir auch ein paar negative Werte, zum Beispiel die Deutsche Bank, die ist ja jetzt sehr krisengeschüttelt gewesen aktuell. Die hat sich deswegen auch seit 1. Januar schon um 15% verringert. Und dann sehen wir noch das andere Depot. Da kann man sehen, dass im Prinzip viele Unternehmen, die ich damals im Jahr 2009 hier in mein Musterdepot reingelegt habe, sehr, sehr gute Unternehmen sind. Wang & Olufsen 50% im Plus, 20% hier im Plus, 15% seit 1. Januar Disney und hier unten Manitowoc und alles mögliche. Also im Prinzip hätte man 2009, hätte man fast, ich will nicht sagen in jedes Unternehmen, aber man hätte im DAX allein, hätte man nicht viel falsch machen können. Okay, das war es aber jetzt zum Thema Musterdepot. Das Video sollte nicht zu lange werden. Es hat mich gefreut, dieses Video hier für Sie zu erstellen. Wenn Sie mehr wissen wollen zum Thema Musterdepot, stellen Sie mir einfach eine Frage. Und dann sehen wir uns beim nächsten Video. Ihr Kolja Barkhorn, Aktien mit Kopf.